Oh, ne. Oh, Gott. Oh, Gott, was? Oh, hier sind wir neu. Uldaman. Oh, Gott. Seid auf der Hohen! Sequel, äh, sie... Was geht euch durch den Kopf? Ich mag ihn nicht, sagen wir mal so. Ich persönlich mag ihn nicht. Ja, ja, ich weiß, welche das ist hier. Ah, ne. Ja, ich frühe auch garst. Ich bin nicht besser geworden. Also, ich glaube, es hat sich verändert, aber es ist nicht besser geworden. Okay. So, zahle ich den da erst mal. Jetzt bist du da ne Bubble drauf. Ja, ich glaube, ich bin gerade hinter einer Ecke verschwunden. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht um die Ecke verschwunden wärst. Du, du, du. Hallo. Ihr da hinten auch. Das ist zu verwinkelt hier. Ich kann dich nicht heilen. Ja, hier steht halt überall was rum, ne. Ich wollte gerade sagen, du verschwindest immer um die Ecke. Ich brauche unbedingt noch einen Heilszauber, der sofort passt. Der um die Ecke geht. Das lässt immer noch kommen. Ja, ein Heilszauber, der um die Ecke geht. Der braucht es nicht. Äh, wieso Blitz, weißt du? Ein... Eigentlich müsste... Eigentlich müsste das ja heißen, ne. Den Skill, den ich ja jede ganze Zeit zu... ...und er heißt Blitzheilung. Und ne Blitz ist immer zickzack. Wollahe müsste das gehen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sich das auf die Cast-Geschwindigkeit bezieht. Na, hast du einen mitgebracht? Den kannst du selber umhauen. Ich hab keinen mitgebracht. Ne, du bist auch nicht gemein. Hier steht, glaube ich, noch einer irgendwo, ne. Hier, da ist er noch. Wieder sich hier Stealthen. Ich glaube, es hacket. Macht man die Bosse hier überhaupt noch mit? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ne, ich meine, die meisten gehen hier vorbei. Aber da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ist auch, glaube ich, ein Event hier, ne? Weiß nicht, auf jeden Fall. Ich habe Quest bekommen. Es kann sein, dass ich die vielleicht brauche und so schnell an Level 40 werde. Ah, hier. Ja. Klagebuch. Ja, da, 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 da. Okay, auch mitbar ist das doch uninteressant. Ja, gehen wir weiter. Nun gut. Du, du, du. Na, da, modern. Weiter geht's. Also ich glaube, ich fange echt nochmal einen anderen Priest an. Und zwar eine Blutelfe. Einfach nur so, so ums Heilen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, der Pandas war ganz cool. Aber irgendwie mag ich die Allianz nicht. Ich weiß nicht warum. Mhm. Wahrscheinlich. Weil ich wahrscheinlich bei davon nur Blutelfen stehe. Das kann sein. Wahrscheinlich, weil, äh, finde ich, die Horde bessere Charakter. Abbilder hat, sagt man das so. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Tup, 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 tup. Komm mal, alle her, hier, meine Freunde. So. Ah, da, was reint das gerne mal. Sehen hier. Ne, wieso? Du weißt doch, woher sind noch die Lüte. Ach so. Okay. Du kommst her. Du auch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Du auch. Du dann eben auch. Hacke, das war gar nicht glatt, was ich wollte. Schade. Schade. Hey, Schade. Hey, Schade. Toga, Toga. Oder? Oder? Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Sagt Toga, Toga. Okay. Die hat doch viel mit Toga zusammen. Äh, gemeinsam. Dazu Teufel ist Toga. Das ist, war doch diese, dieses Fest früher in Ägypten oder so. Ich kenne Toga nur als Kleidungsstück. Ja, war eine Toga, klar. Und dazu gab es dann ein Fest. Das Fest war eine Toga, war eine, war, äh, egal, ich verrisse. Oh, meine lieben Damen und Herren, hier, jetzt räumst du. Halt, andere droppt, Leder, auch nicht schlecht. Wo müssen wir denn langen? Nach vorne, links. Bitte biegen Sie an den nächsten links ab. Hier, den nehmen wir auch noch mit. Die Heilung ist echt nicht so heul. Nein, oder meine? Meine. Also mit dem Word of Glory. Was heißt denn pro Sekunde, also pro Dot? Äh, das ist kein Dot. Achso. Also, dodge mal ran, heute ist es auch nicht. Ah, hier beiden, der kommt auch mit. Oh, ich möchte gerne den Boss tanken. Kann ja mal machen. Ist das wirklich ein Boss? Komm her, hier. Boop. Sieh jetzt. Boah. Ne, eben. Boah, als ich ausgesprochen habe, waren die schon von mir abgelassen. Na ja, so, okay. Da stand sie wahrscheinlich dabei, oder irgendwas draufgehauen, oder so? Das kann sein. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir hier lang. Zudem haben wir da hinten. Die wollen alle da lang. Ne, wir gehen jetzt hier lang. Hallo. Oh, ich glaube, ich habe den einen Boss schon wieder vergessen zu looten. Ja, der muss looten, der hat doch noch nicht looten. Ja, der, ja, aber der davor weiß ich nicht. Hat wieder vor dem Boss looten? Ja, dieser ist, über Naja. Brauchst du die überhaupt? Ich glaube, die brauchst du gar nicht looten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nichts. Wovon habe ich mich drauf geachtet. Ne, ich meine, von der habe ich nichts gekriegt. Wo sind wir denn hier? Wo sind die Wege gelaufen? Will da, Mann. Guck mal auf die Karte. Da siehst du die Wege ganz gut. Ich laufe auch der anderen Gruppe hinterher, ein Teil davon, weißt du? Die haben da eigentlich keinen Plan. Ich zwar auch nicht, aber... Ja, was die da machen, das finde ich nicht so ganz sinnvoll. Ich gehe lieber hier lang. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich stand eben wieder neben dir und er hat gesagt, er sieht dich nicht. Vielleicht hast du mich nicht angeguckt. Der droppt hier auch, ne? Der droppt so einen Kraftkern. Oh, die, die... Ah, man hat ein Crit drauf. Nee, dann bräuchte ich ihn nicht. Hallo! Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Da komm mal her, hier. Na, na, na. ich lasse Feuer auf dem Boden aus meinen Hoden alles klar hat sich gerade geräumt, das muss ich sagen äh ja muss man ja jetzt so lang das lädt immer noch auf ja ja, damit können wir ein bisschen eng sein, jetzt noch töten Sie hat er natürlich gut gemacht, dass er jetzt fürs zu fury zieht ich kann diesen sauber noch nicht wirken ja, das armen kannst du mich gerne, das bringt dir überhaupt nichts vor und so so er fallen lassen, ein Hammer der hat auch Hammer fallen lassen das ist ja der Hammer das wollte ich auch gerade sagen unglaublich der hat der 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 и wobei das ist wie das ist glaube ich auch was für good die inni ist dass fела und mein best hallo hallo Hälfte von 38 habe ich bald los halt die Indie zwar recht nervig weil ich finde ich immer noch aber sie bringt einiges an ja das stimmt ich gehe mal weiter her hallo hopp hoppidu hoppidu guten Tag wird hier mal aufgeräumt so jetzt nehmen wir uns schon so langsam dem Ende ich muss näher heran ich muss näher heran alles klar sagen du bist außer Reichweite ach das wusste ich auch jetzt kommt der Endboss ne ne der brauner Moment der zieht ihn rum mal sagen hier oben ist irgendwo ein Ausrufezeichen ne ne das ist unten ich kann diesen Zauber noch nicht wirken dieser Zauber ist noch nicht bereit was ist denn eigentlich hm sexy okay halt um 4.79 ist um nicht gewert ja 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 ich will da looten nicht die Tür aufmachen das das lud das lud das lud nein der Paladin ist weiter ab der ist dunkel lila geworden so was er läuft über wer wagt es er ist einfach nur dunkel lila wer riskiert den Zahn der wacht ihr Diener verteidigt die Scheibe jetzt wird's nervig ah doch nicht sehr schön waren Gott sei Dank schnell genug anscheinend ja der hätte sonst erzbesporen das wäre ziemlich nervig geworden Taktchen hallo Möchte ich auch starten bitte was denn hm ne Quest wenn einer nicht startet kriegen die anderen die auch soo das ist was quetsch die diese Sphäre die machen echt nix als Unsinn wer sind denn die Irde ne ach das läuft noch ok 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 Also du kannst dann nochmal mit den Zahnrädern da interagieren und der Rest der wird vorne abgegeben. Na warte, ich guck hier nochmal durch. Ah jetzt hab ich die Quest abgeschlossen, wunderbar, ich muss sie einfach nur durchklicken alles. So. Oh hier hab ich noch ne Quest. Angenommen. Oh Gott, jetzt ist der Mikro verrutscht. Ja, soll ich die draußen nochmal an- abgeben irgendwie? Ja, vorte ich kurz raus wieder rein und dann kannst du hier vorne noch abgeben. Okay. Ja, so. Rekrutieren wieder. Oh ja, ich kann hier mehrere abgeben, müsste dadurch eigentlich 40 vielleicht werden. Lust auf ein Glas? Oh, das würde auch nicht schlecht. So, mal gucken. Bleibt sauber. Was geht euch durch den Kopf? Wie viel braucht es noch? Warte, ich muss erstmal die anderen abgeben. Mhm. Mögen eure Reisen sicher sein. Mögen eure Reisen sicher sein. Und jetzt noch 65%. Haha, okay. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten nächste Folge. Tschüüü.